Hallo, Selfie! Hallo, Alpha. Hast du Lust, mit mir ein paar Jump'n'Runs zu machen? Ja, okay. Okay, let's go! Äh, äh, wieso wir denn hier gelandet? Wie docken wir aus wegen Gefängnis? Äh, aber da steht Marinschule... Realschule? Ich glaube, Realschule. Wieso ist das nur eine Realschule? Äh, äh... Ah, lass mal reingehen. Okay, was ist hier? Die 8A von Herr Dress. Herr Dress, jetzt kannst du nicht lesen. Halt, hach, 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 ich kann dir denn... Okay, okay. Okay, wer sitzt denn hier? Der Ben, okay? Also, der Kevin, guck mal. Kevin, ja, das ist mein Freund. Und wer ist hier? Katharina... Oh, hier ist noch ein Kevin! Oh, hey, warum gibt es so viele? Ich weiß nicht. Miriam, Christian... Oh, was steht da? Ja, 37 plus 32 gleich 69. Ja, okay. Ist das richtig? Ich weiß nicht, ist es? Wir sind hier in der Realschule, ich kann es nicht so genau sagen. 1, 2, 3, 6, ja... 7, 2, ist 9... Ja, ja, ist richtig, ja. Okay, ja, okay. Ja, Willi, ja, ist richtig, Lehrer, ja. Aber wieso steht das Ergebnis schon da? Weiß ich auch nicht. Der Lehrer hat das angeschrieben, ja? Ist das so in der Realschule? Äh... Steht das da schon an der Tafel? Frag den Lehrer. Der frag den Lehrer. Warte, ich bin da. Guck mal, wie der aussieht. Der ist ja voll nett. Der ist voll nett? Der guckt mich die ganze Zeit an. Hey, guck mich an. Das ist creepy. Nein, nein, der guckt mich an. Nein, 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 nein. So, nicht mit. Was steht denn noch? Die Summe aus 34 mal 3 ergibt 102. Okay. Ist das richtig? Alfa, stimmt das? Äh, äh, 3, 3, 3... Ja. ...sind 9, 90, ja. Und dann 4, 4, 4 sind 12. Okay, dann muss ich 90 plus 12. ...und 12 sind 102. Hä, 90 plus 112? Nein, 90 plus 12. Ja, du hast aber 112 gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Okay, okay. So, das ist die Summe aus... Egal, okay. Okay. So, was ist die da? Geh mir in die nächste Klasse. Hier ist die 2A von Frau Stöckmann. Stöckmann, die sind behindert. Hier sind gar keine Schüler. Hier sind keine Namen. Hier ist nicht mal ein Kevin. Was ist das? Deutsch-Diktat. Ufo und Lili gehen ins Schwimmbad. Das ist das kürzeste Diktat, das ich je gelesen habe. Ist so. Jetzt guck dir nachher mich an, guck. Hallo, 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 hallo. Sieht aber nicht besonders weiblich aus, oder? Das war doch Frau Stöckmann, oder? Ach so. Ja. Hallo Frau Stöckmann, hallo. Das ist aber ein Herr Stöckmann. Nein, das hier, das steht Frau. Aber guck mal, nein, das hat sogar ein Bart. Nein, da steht Frau. Es hat nur ein Bart. Jetzt komm. Du musst offen sein für neue Dinge. Nein, komm jetzt. Es ist nur eine Frau mit Bart. Die Treppe ist von Schülern zersprengt worden. Boah, die müssen von der Schule fliegen. Ja, ich glaube, das sind die schon. Ja, deswegen sind die auch die Namen. Jetzt verstehe ich die Map. Okay. Okay, okay. Also müssen wir hier jetzt. Boah. Ach, wir müssen jetzt Schülern machen. Hier, du musst. Komm hier. Krass. Komm hier. Ah, okay, ja. Ich komme hier hoch. Und dann muss ich hier drauf. Oh, komm, du schubst. Ja. Wieso, du hast mich gestubst. Das geht gar nicht. Okay, Moment. Ey, komm, du schubst es. Wieso schubst du nicht? Ich schubst dich gar nicht. Okay, Moment. Ja, das geht. Okay, Moment. Alter. Oh, Selfie. Oha. Oha. Okay, ich muss hier dahin. Krass. Da, da. Okay, ich habe es geschafft. Okay. Boah, Selfie. Was? Wieso schubst du nicht alles hier? Ja, ja. Oh, du hast es geschafft. Ja, ein P-Mann. Ja, fünf Minuten um. Was ist hier? Kindergruppe. Können wir rein? Hä? Nein. Ich will in die Kindergruppe. Ey. Ja, mach mal. Das geht nicht. Okay, was ist hier? Leider kaputt. Da musst du wohl springen. Okay, warte. Was ist hier noch? Oh, oh, nee. Oh, guck mal. Hier ist das Lehrerzimmer. Aber da dürfen wir nicht rein. Oh, oh. Ordentlich. Die Lehrer sehen streng aus. Boah, hier sind voll viele Lehrer. Aber du darfst nicht rein. Doch, ich bin auch ein Lehrer. Geh raus. Du darfst hier nicht rein. Du bist kein Lehrer. Ich bin. Du bist kein Lehrer. Ich bin Herr Alpha. Nein, du hast nicht. Hier ist kein Namensschild von dir. Ja, von dir auch nicht. Na doch, jetzt schon. Nee, wo steht hier ein Schild? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Okay, guck mal, hier ist eine Blume. Ja, cool. Ja. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Oh. Okay. Okay, das ist schwer. Okay, wie geht das? Guck mich an. Ja, ich guck dich an. Du musst hier springen und dann stecken. Ja. Und dann musst du hier. Du musst es schaffen. Komm schon. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Moment. Ja, oha, sehr viel. Und jetzt da hoch. Okay, okay, Moment. Oh Gott. Bitte. Mach keinen Fehler. Oh. Das ist so schön. Okay, okay. Du bist auf dem Dach der Schule. Hier ist das Ziel, aber nicht. Aber es heißt auf dem. Aber der hat auf dem Dach der Schule geschrieben. Egal. Alter. Spring auf den Dächern und finde mein Haus. Äh. Oh, ein Checkpoint. Oh, ein Checkpoint. Oh, oh. Ja, weiter. Oh, nein. Okay, okay. Oh. Warum hast du mich geschubst? Ja, ja. Das war ein mentaler Schubser. Okay, okay. Okay, jetzt aber. Ja, ja. Oh, Selfie. Okay, jetzt mache ich. Oh. Alter, wieso ist das so schwer? So, aber. Hä? Genau so, ja. So, okay. Und dann. Ey, wie schwer ist das bitte? So, boom. Oh, ich habe es geschafft. Wow, wie hast du das gemacht? Ey, Selfie. Selfie, Selfie, Selfie. Ja. Ja. Au. Okay, okay, gut. Oh, ob du das jetzt schaffen wirst? Au. Au. Und dann wieder. Okay, ja, ja. Komm schon, komm schon. Bitte, Selfie. Nein. Ey, Selfie. Ja. Ich glaube, man kann hier cheaten. Wie hier? Komm mal hier runter. Ja. Ja. Äh, wir können ja einfach durchgehen, äh. Äh, wir haben es doch mal geschafft, ja. Ähm, das war ziemlich gut, ne? Ist schon gut. Was wir da gemacht haben, ja. Äh, ja, das ist doch voll schwer. Äh, nein, wir kommen ja auch nicht durch, ey. Wir müssen das doch machen, ey. Oh, nee. Warum? Selfie, komm schon. Ja, ja, ich gebe ein bisschen was. Warte, es ist doch eigentlich ein Böttel, oder? Ja, ja, dann kann ich hier weiter, äh, 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 äh. Ja, dann kann ich hier schon, äh, komm schon. Dann kann ich hier schon weitergehen. Durchs Fenster, okay. Oh nein. Äh, äh, oh, oh, ich hab's hier durchgeschafft. Haha, wo bist du? Wow. Du kommst voll weit voran. Ja, ja, was geht? Alter, ich bin schon auf der zweiten Leiter, ja? Oh, halt. Mach das erst mal nach. Schaffst du es? Oh, 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 dritte Leiter. Oh nein. Okay, ich gehe weiter, so. Äh, Alter, das war nur die Aufwärmpause, ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, wie geht's ja weiter, da ist ein Leiter. Ich gehe hier runter. Oh. Jetzt geht's in die Höhe. Viel Spaß beim Verrecken. Okay? Schaffst du, Liebant? Okay, dann gehe ich jetzt, äh, äh, in die Höhe. Viel Spaß noch, ne? Ja, ja, klasse, klasse, ja. Ah, so geht das. Hä, warte, wie will das? Ah, hier, boom. Nein! So, hier, boom. Nein! Mann, ich will es jetzt schaffen. Komm schon. Boom! Hä? Das ist ja... Sogar ich schaff das nicht. Ich bin so hart konzentriert, weißt du was? Ich weiß was, Profi. Ich schaff das nicht. Profi. Ja, ich bin ein Profi. Aha. Hä? Das ist voll schwer. Ja, Profi an den, der das erstellt hat. Ey, ich bin zu doof. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ah, so geht das. Okay, dann hier, hier, hier. Und... Warte, da geh ich nicht drüber. So. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Baut seit drei Stunden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Boom! Ich hab's geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wo bist du? Ich guck dir jetzt zu. Nee, ach. Nee, nee, du, ich guck dir jetzt zu. Nee, nee, geh schon wieder hoch, ja? Okay, okay. Okay. Ja? Ja, also sehr gut, sehr viel, ja? Ja. Ja. Sieh einfach zu, okay? Ich wärme mich noch auf. Ja, ich guck doch zu. Okay, okay, cool. Okay, guck. Jetzt bin ich auf der Leiter, okay? Ja. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Leiter, okay? Ja. Oh, 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 oh. Okay. Ah, komm schon, komm schon. Okay, pass auf. Ja. Okay, okay, jetzt bin ich auf der nächsten Leiter. Ja, mh. Okay, harter Schütz. Okay, okay, auf der nächsten Leiter. Oh, danke, oh, danke. Ist da noch ne Leiter? Ja. Okay, okay. Okay, okay, mal. Ich muss mich fassen. Uh, okay. Oh, 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 oh. Okay, ist da noch ne Leiter? Ja. Okay, okay. Huh. Okay, mh. Okay. Ist da noch eine? Ja. Oh, bούμε yelrendon da. Okay. Ow-oh, oh, ich koche dir a respects. Ow, ow, oh, oh nein. MANNEND! I am the one, don't wait your time. Don't need the gun to get respect up on the stream.